Okay, 79. Warum auch immer 79? Oh gut. Geknackt ist geknackt. Was ist das? Es ist jährliche Tradition, dass die Campingleiter ein gemeinsames Gruppenfoto machen und es im Büro zur Erinnerung aufbewahrt. Das Foto von diesem Jahr ist jedoch das einzige, das nirgendwo zu finden ist. Manche sagen sogar, dass keiner der Leute auf dem Foto noch am Leben ist. Auf der Rückseite des Foto steht Gruppenfoto der Campingleiter 2012. Verfluchte Brücken Kimo-Dame-Meshi wird ein Erfolg sein. Knackt den Kot und tritt draußen in die Tür ein. Oh! Das andere Bild. Es scheint das Bild von Hijianyu, der anderen Person zu sein. Das Bild wurde von der Mitte von zwei Tagen gerissen. Unfall oder Absicht? Ich würde sagen, das war Absicht. Das ist aber nur ein Teil. Verlass den Raum. Jetzt kommt er auch nochmal um die Ecke. Also, irgendwie ist es auch nicht mehr so gut. Ich habe das Bild von drei Tagen gerissen. Ich habe auf die Ecke, ich bin in der Mitte des Foto. Ich habe mich mit der Ecke in der Mitte des Foto. Ich habe mich mit dem Foto. Ich habe mich mit der Ecke. Ich habe mich mit dem Foto. Ich würde mich anstre, aber ich glaube, dass wir die Verbauchten vielleicht Das passt? Ich würde mich anstrenden. Ich bin so wichtig. Ich würde mich nicht ganz neu vorstellen. Ich würde mich anstrenden Sie mal. Dann werden wir die beiden zurückkommen. Dann können Sie mich anstreben. Dann können Sie uns die Hände. Dann können Sie sich anstreben. Okay. Aber Herr, Ich habe mir die Frage, dass ich mich an, wenn ich mich zuerst zurückkehren will, wenn ich mich nicht mehr zurückkehren will, dann würde ich mich zuerst kommen. Ich bin gut. Danke. Ich bin gut. 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 Okay, also wir setzen erstmal hier zumindest schon mal ein Teilstück ein. Nee, können wir nicht. Oh Gott, warum können wir denn kein Teilstück wenigstens einsetzen? So. Jetzt. Ja, nochmal hier nochmal kurz gucken. Hier komme ich nirgends wo rein. Ah, schön, erste Etage. War ich da gerade drin, ne? Ja, lol. In der ersten Etage war ich ja. So, hier gibt es aber nichts genau. Dann gehen wir nämlich mal in die zweite. Und dann nochmal in die dritte. Okay, also halt dritte. Okay, kommen wir noch dazu hin. Was los? Okay. Ja, okay. Okay. Ich bin so ein bisschen in Ordnung. Du bist so ein wenigstens. Ich glaube, ich bin so ein bisschen ungekehrt. Ich bin so ein bisschen in die Blumenkriege. Ich bin so ein bisschen ein bisschen wie ein Kind. Ich weiß nicht, ich weiß. Ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen dumm. Ich bin so ein bisschen davon. Ich bin so ein bisschen dran und sterben. Wir sind ja 헛strahl, doch wie ist das so ein bisschen? Okay, also jetzt trennen wir uns, ist immer super. Lass mich doch jetzt sagen wir nicht, dass ich den jetzt hier auf Klo suche, also als ernsthaft, ne Rechnung für Dorleks flüssiges Gleitmittel, Cranberry, da hat jemand Spaß. Der handgeschriebene Dankesbrief eines Neulings lautet, Dankes mal für deine Hilfe, du bist der Beste. Okay. Warum drücke ich immer die falsche Taste? Amelk-Konten. Auszug der Softbank der Konsumgewohnheiten von Wenwu aufgezeichnet. Januar Ausgaben. Ja. Das ergibt auf jeden Fall sehr viel aus. Ich kann nicht einschätzen, wie teuer, da ich die Wirbung nicht verstehe. So, komm raus hier. Hm? Ich bin nicht so gut, ich will meine Frau den Drogen. Wollt ihr euch? Ich bin für eine Frau zu dir. Ich bin ein paar Wurzungen. Ich bin ein paar Wurzungen. Sie müssen das Wurzungen machen. Ich bin ein paar Wurzungen. nicht, ob ich die so beleidigen würde. Also, das wäre für mich. Okay. Wie ist sie denn? Wenigstens ist er sauber, ja. Aber wie ist er denn da rausgekommen? War sie nicht hinter mir? Ja, oder ist? Okay. Okay. Ey, sind wir jetzt... Also... Leia ist auch hier, oder? Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Also, ist sie jetzt hier eine Endloschleife, oder was? Nee, doch nicht. Oh, das ist er. Grazie. Du bist schaust. Ich denke, du kannst du es auch! Ich denke, du kannst du ihn nicht mehr tun. Gut. Ja, ich glaube ja, warum den schon wieder aufstattet? Oh Gott, aber wo kann ich es denn verstecken? Und warum werden meine Haare immer, also warum sehe ich immer weniger? Kann ich das hier verstecken? Ich raff nichts. Ist da, ne, auch nicht. Kann ich hier hoch? Geht das? Nein. Ja, ja, ja. So, das heißt, ich kann die doch jetzt hier... Hä? In den Blumentopf. Auch nicht. Im Schränkchen. Ein Schränkchen wäre vielleicht noch eine Option. Malo! Okay, Schränkchen, keine Option. Nicht genügend Platz. Aber mehr fällt mir nicht ein. Malo! Noch nicht. Warte mal, da hinten war ich noch nicht. Also, das Spiel ist... Muss ich sagen... Ein bisschen anstrengend. So, jetzt hier, ne? Und dann kann ich mich da, da, denn das verstecken. So, der Plan. Okay. Okay. So viel zum Plan. Sag mal. Jetzt ernsthaft? Okay, hier kann ich nicht verstecken. Da kann ich nicht verstecken. Dort kann ich nicht verstecken. Also, ich verstehe es halt nicht. So, weil hier... Komm ich nicht durch. Macht keinen Sinn. Ich hätte, habt ihr noch eine Idee, wo ich das Ding verstecken kann? Und jetzt sag mir bitte nicht, dass ich wieder einfach nur zurückgehen soll. Wobei, vielleicht... Können wir auch mal ausprobieren. Müssen wir es überhaupt verstecken? Können wir einfach zurückgehen und sagen... Nein, können wir nicht. So, in ne Tonne macht keinen Sinn. Also, in ne Tonne kann ich auch nicht reinkloppen. Hier. Geht nicht. Ach, hier in diese Malerbox oder was? Hallo? Ja. Muss ich hier rangehen? Nee, ne? Ach so, sie hören für sie an. So, das heißt, wir können jetzt wieder zurückgehen. Weil wir haben es ja jetzt versteckt. Oh Gott. Also, ich habe Depot zu fragen, was duoons aus? Einer hat mir immer noch nicht zu. Ich bin an sich, haste memory genommen ben! Einer hat nichts zu verfallen. Jeg bedeutet was etwas darum, wie du kannst. Ich denke, dass du krühst schon etwas zu fragen possono. Dul증 ist einarbetscher. Nao. Puh memories��이께서 nicht! Okay, sie ist auf jeden Fall weg. Autsch. Ja. Komm nur nicht in die oberste Etage. Wie meinst du das? Sei genauer. Wo genau bist du? Ich warte seit mindestens anderthalb Stunden auf die Kommunikationsklassenzimmer, okay? Wer lebt denn überhaupt noch? Ich hab gar keinen Schimmer. Lin-An? Warum hast du jemanden gebetet? Also ich würde sagen, der eine Typ, der das Ritual durchgezogen hat, der lebt nicht mehr. Das ist Lin-An? Das ist Lin-An, oder? Warum hat er kein Telefon? Ähm, der, der diese, ich sag jetzt mal den Schaft hatte, also der unten diese, ne, den Griff vom Schwert. Ähm, sie ist hier runter geflogen. Halt, ne? Das heißt, sie müsste die Klinge haben. Genau. Sie hat nämlich die Klinge und ist gar nicht so gut. Aber wir müssen ja noch die Klinge mit dem zusammenführen. Aber wir müssen ja noch die Klinge mit dem zusammenführen. So, jetzt sagen wir nicht, dass wir geht zum Obergeschoss des Wohnheuses und finden... Oh nooo. Warum macht sie denn jetzt auch den Fehler? Es macht doch gar keinen Sinn, dass wir jetzt da auch hoch gehen. Weil er sucht doch jetzt wahrscheinlich nach dem, nach dem Schlüssel. Also für den Kerl? Also für den Kerl? Okay. Dann gehen wir jetzt nach oben und gucken, was der andere Typ da gerade macht, der sie runter geschmissen hat. Weil es dann noch hier ist. War er das Ding gefunden? Ne. Hat er nicht. Okay. Das heißt, wir können auf jeden Fall jetzt nach unten. In den Kerl. Machen wir jetzt mal. Dankes Spiel. Ich habe neulich so einen kranken Film gesehen. Was ist das denn so? Was ist das denn so? Alles klar. Haben wir ja auch noch mit der Klinge und der Klinge und der Klinge. Sie sind nicht so. Bochon! So. Jetzt sind wir hier unten. Mit ein bisschen mehr Licht anscheinend. Und könnten jetzt das Ding da einsetzen oder was? Zumindest ein Teil? Aha. Nein. Schon wieder versehentlich rausgetappt. Und beim Raustappen habe ich irgendwas verschoben hier in meinen Settings. So jetzt aber. Aber du wirst doch nicht die einzige Überlebende sein. Aber wir kommen ja jetzt hier nicht rein. Und versuche ihr den Keller des Wohnheims? Ja. Würde ich gerne. Aber wir kommen halt nicht weiter. Jetzt weiß ich warum wir nicht weiterkommen. Weil sie ist da. Oh Gott. Und wir brauchen wie gesagt immer noch das von der... Und wer auch nicht weitergeht. Warum lässt du mir jetzt nicht weiter? Oh Gott. Warum wird es nicht wieder leer? Mehr Zeit. Ach so. Das war's. Ich kann nur ein Mensch leben. Kann ich verstehen, meine Meinung? Du hast es gesagt. Ich habe einen Schmuck-Kun-Wong-Hong-Hong-Hong-Hong-Hong-Hong-Hong-Hong-Hong-Hong-Hong-Hong-Hong. Wie ist es? Ich kann mich nicht so helfen. Ah Tchern, wenn du was, du bist, du bist du? Was? Make-up-Dings? Das war doch da hinten. Oh Gott. Ich will hier nicht rein. Das ist ja gar nicht mal so... toll. Wer lasst denn den Make-up? Warum sind wir denn überhaupt hier reingegangen, wenn wir... Euer fucking Ernst. Das sind wir gar nicht. Hello. Die Tür ist verschlossen. Ja. Ja. Alter, ich habe Schiff gedrückt. Achso, ich drücke die ganze Zeit Schiff. Alter, ich habe Schiff gedrückt. Ich habe Schiff gedrückt. Was soll ich denn machen? Ich habe mich unterm Tisch versteckt. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay, also wir müssen den Schlüssel suchen. Der, ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Der Schlüssel soll da hinten sein. Also wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, sollte der Schlüssel jetzt hier hinten sein? Das war ja eine Zeichnung. Gucken, damit sie sich nicht sieht, ja. Okay, ne, hier hinten ist er nicht. Hä, da hinten war doch aber eine Zeichnung. Warte mal. Nee , nee. Okay. Ah, c'est le problème ? Bando ! Also jetzt habe ich verstanden, wie die Zeichnung funktioniert, aber ich gehe von aus... Okay, das macht's. Ich muss hier hinten, nehme ich hin. Klicke ein bisschen Reward hier auf. Ja, das stimmt. Okay, wir haben den Schlüssel. Das ist nur die Frage. Wir müssen jetzt warten, bis sie wieder nach vorne kommt. Damit sie wieder nach hinten läuft, damit wir dann zur Tür kommen. Das Schlimme ist, ich sehe halt hier nichts. Warte mal, ich sehe was. Ich dachte nicht, dass... Okay. Aber ich weiß jetzt, okay, wir wissen wo der Schlüssel ist. Wir wissen auch, wie wir da hinkommen. Okay. Was hast du denn... Das ist jetzt dein Problem. Okay. Wollen wir jetzt erstmal wieder den Schlüssel? Ja, jetzt in Ruhe. Jetzt läuft jetzt da wieder zurück. Okay, wir sind erstmal safe. Und jetzt in Ruhe. Ich weiß nicht, wie wir... Ich weiß nicht, wie wir sind. So, das ist eben nicht nur die Frage, wo sie jetzt wieder weiter langläuft. Baby 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 Man du Wbrarst du jetzt weiterhin da Ne, du luifst jetzt wieder nach hier Das ist doch scheiße Was rutscht Jajajajaj Das ist aber ganz cool, wenn du jetzt da hinten bist, dann kann ich nämlich einmal hier lang. Gar kein Problem, gar kein Problem. We're fine. Panto. Okay, jetzt gehen wir nämlich hier einfach raus. Wie fern hättest du die denn auf? Piano! 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 Ich versteh es nicht. Piano! 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 was war jetzt nicht richtig